Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den ING Markets Morning Call für Dienstag, den 23. August. Gut, wir beginnen zunächst mit dem Monatschart im DAX. Wir sind hier weiterhin mit einer sehr bärischen Monatskerze unterwegs, mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. Und wir könnten nun nach der Erholung seit dem Verlaufstief bei 12.390 Punkten den übergeordneten Abwärtstrend wieder aufnehmen und letztendlich dann auch das Verlaufstief bei 12.390 unterschreiten. Ein neues Verlaufstief bilden, höchstwahrscheinlich dann im Bereich des unteren Fibonacci-Fächers ungefähr zwischen 11.900 und 12.000 Punkten. Wir machen dann weiter mit dem S&P 500 im Wochenschart. Wir sind hier zuvor in der oberen Trendkanalbegrenzung nach unten abgeprallt. Die Ichimoku-Wolke hat hier diese Trendkanalbegrenzung im Widerstand verstärkt. Wir sind dann am Vortag zu Wochenbeginn deutlich nach unten eingebrochen. Per Gap Down in den Handel gestartet am Vortag und haben dann auch den Fibonacci-Fächer hier nach unten durchbrochen. Wir sind dann letztendlich deutlich tiefer bei 4.138 Punkten ungefähr aus dem Handel gegangen. Mit einer schwarzen Wochenkerze bisher und dürften nun höchstwahrscheinlich, solange wir unter diesen Fibonacci-Fächer bleiben und auch unter dem 50er EMA bei aktuell 4.190 Punkten ungefähr bleiben, weiter nachgeben. Und langfristig, das sieht man hier schon am großen Bild, wäre dann ein Rücklauf möglich zur unteren Trendkanalbegrenzung des langfristig steigenden Trendkanals, darunter dann zum 200er EMA, der sich nur etwas über der unteren Trendkanalbegrenzung des fallenden Trendkanals im Wochenschart bei 3.680 Punkten ungefähr befindet. Gut, und dann kommen wir zu den Markierungslinien für den Long- und Short-Bereich. Für den heutigen Dienstag, da befindet sich der Short-Bereich hier am 50er EMA im Bereich von 13.450 bis 13.500 Punkten und der Long-Bereich dann an der 13.000er Marke zwischen 13.000 und 12.950 Punkten. Gut, und damit wären wir dann auch schon wieder durch mit dem ING Markets Morning Call. Der S&P 500 und der DAX befinden sich wieder im Abwärtstrend und könnten nach dem jüngsten Hochlauf, nach der vorherigen Erholung, vor einer längeren Abwärtsbewegung stehen. Ich melde mich wieder am morgigen Mittwoch mit dem ING Markets Morning Call und wünsche Ihnen viel Erfolg im heutigen Trading. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.